Ich bin hier im Startgebiet bei den Zwergen und das Abenteuer beginnt. Startgebiet der Zwerge. Erstmal zu Stan Stowdarm, dem Questgeber. Was haben wir denn hier? Ihr seht aus, als könntet ihr etwas brauchen, dass euch die Hände warm hält. Ich sag euch, was da helfen würde. Ein paar schöne, warme Handschuhe. Und weil ich so ein netter Kerl bin, gebe ich euch noch ein paar. Unter einer Bedingung versteht sich. Ihr müsst mir etwas Wolfsfleisch besorgen. Das ist ein guter Handel, oder? Bringt mir etwas Wolfsfleisch und ich sorge dafür, dass euch keine Frostbollen an den Fingern holt. Was sagt ihr? Stan Stowdarm hätte gerne acht Stück zähes Wolfsfleisch. Das Gemetzel beginnt und wir müssen Wölfe killen und uns Wolfsfleisch besorgen. Ein nach dem anderen versteht sich. Mal schauen, ob überall noch was drin ist. Die Hälfte haben wir schon zusammen. Vier von ihnen. Wunderbar. Oh. Level Up und einmal 2 geworden, Party! Vor allem nur noch 2 Wolfsflausch, dann haben wir es im Sack. Vor allem nur noch 3 Wolfsflausch, dann haben wir es im Sack. So, die 8 Fleisch haben wir. Haben euch die Wölfe Probleme gemacht? Vielleicht solltet ihr den Klauenzähnen und dem, was da sonst noch so alles kratzt und beißt, ausweichen. Hm, großartig! Das Wolfsflausch ist gerade richtig. Ah, keine Sorge Dogaron, ich vergesse meinen Teil der Abmachung nicht. Hier, da sollte euch eins von passen. Ich nehme die Handschuhe des Wolfsjägers. Wir sehen uns, wenn das Abenteuer weitergeht. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, bye bye!